Also ich finde die Foren gut. Du kannst in einem kleinen Rahmen Themen vertiefen. Man hat auch die Möglichkeit nachher zu diskutieren oder Fragen zu stellen und im kleineren Kreis. Man kann sogar mitnehmen nachher ins Plenum. Man hat dann die Leute ein bisschen gesehen, dann gehen die Diskussionen weiter und ich glaube das ist notwendig. Man kann jeden auch wählen was er will, was ein Spezialgebiet ist. Das Selbstbedienungsprinzip finde ich gut. Ich finde es sehr spannend, dass am Sportforum überdiskutiert wird mit spannenden Leuten über spannende Themen, die uns alle betreffen. Das ist sehr gut. Also wir sind hier beim Sportforum in Luzern. Das ist für uns die Plattform, wie alle Sportverbände da sind. Wir wollen doch einen Sportverbände und sagen, es hat auch die Möglichkeit gegeben, im Ü-Wagen mal schauen, was so die Aufgabe ist von einem Regisseur. Darum sind wir da. Wir haben aber auch die Kameratechnik, wo wir die ganzen Kongressen filmen und so auch festhalten. Da sind jetzt die segments parental. Bis dann morgen. Da sind wir da. Weiterechnik, wo euch das beide Mushinите haben. Ich begele变